Boah, so ein Aufgestell. Ich war mit Squeezy, Phobso und Django auf Almazra unterwegs, als mein Chat mich dazu gezwungen hat, meinen Aim-Assist auszustellen. Ey, Jungs, ich hab mal den Aim-Assist ausgemacht, ne? Ich hab gemerkt, dass wir in der letzten Runde so krass gewesen sind. Voller Vorfuhren auf eine Null-Kill-Runde durfte ich dann an der Black-Set das erste Mal spüren, wie sich das anfühlt. Leute, wo seid ihr eigentlich? Aber natürlich waren die anderen schuld. Und über den Gulag wollen wir nicht sprechen. Nein, kommt der von hinten? Doch, mit Zone 4 kamen wir an Fahrt auf. Absolute One. Rüffel euch aus. Ach, Kobe! Schweißband und Basketball-Schuhe angezogen. Boah, der nächste Kobe-Move, Junge! Kein Aim. Was soll ich machen? Ich kann nur mit Granaten werfen. Oho, Knock, Junge, was mach ich hier? Und plötzlich kam auch das Aim zurück. Ich weiß gar nicht, warum alle sagen, das Aim ist jetzt so stark. One-Shot, One-Shot! Knock! Ich bin voll der Gott! Hier ist übrigens der Low-Dot von der Tuck. Und dann setzte Kobe zum letzten Streich an. Ein Knock. Alter, ich bin ohne Witz, ich bin Nathan!